Ok meine Lieben, so hoffentlich wird es jetzt hier funktionieren. Wie ihr das hier sieht, kein Studio. Alte Methoden, aber the same procedure as every time. Ja, diesmal sitze ich nicht in dem Garten, weil ich damals am 16. März und meine Schule ist noch oft. Ok, also ich mache das ganz kurz, weil die meisten von euch kennen das schon, also wir machen das einfach wieder das gleiche, was wir im Frühling gemacht haben. Ok, jedes Mal beschriftest du dein Papier, wir brauchen diese Organisation, wir haben keine Ahnung wie lange dieses Ding noch. Halten wir Tag 1, hat heute begonnen, schreib dir schön dein Motto hier, respektvoller und achtsamer Umgang mit mir selbst für ein selbstbestimmtes Leben im Rahmen des Möglichen. Ja, Rahmen des Möglichen, jetzt unterstreichen und respektvoll achtsamer. Ok Leute, was ist das Thema? Ganz kurz, unsere Art und Weise Modus Operandi, wie wir jetzt hier arbeiten wollen, Homeschooling. So, wir machen das bei Lernvideos. Ja, jede Unterrichtsstunde ist dein Lernvideo. Ja, wenn du vier Mathe-Stunden hast, bekommst du vier mal 15 Minuten minus eine Sekunde, ein Video. Ja, in diesem Video ist alles drin. Ja, wir sprechen die Hausaufgabe, wenn es war, irgendetwas, was Neues kommt, oder eine Hausaufgabe zu machen ist. Das läuft nach deinem Stundenplan. Also, wenn du jetzt Montag, Dienstag, Mathe gehabt hast, dann bekommst du das Montag oder Dienstag dann hochgeladen. So, wie bekommst du diese Lernvideos? Oh, da müssen wir langsam. Ja, ok. Wie bekommst du diese Lernvideos und Arbeitsplätze? Also, das ist unsere neue E-Mail-Adresse, die Lernvideos hier, das funktioniert. Das funktioniert nicht. Das liegt aber. Also, viele denken, naja, Leute, also das ist einfach so. So ist es das Leben. Wir müssen trotzdem durch. Die Videos sind an unserem Tutto Capito Berlin-Kanal in YouTube. Ja, das wird funktionieren. Wenn das nicht funktionieren wird, dann ist es wirklich sehr schlimm. Ja, aber dann kommt Plan C. Ja, es gibt immer Plan C. Ja, es gibt immer Plan C. Ja, es gibt immer. Die Videos findest du direkt, weil es öffentlich ist, aber die Videolinks wirst du auch hier bei der Unterarbeitung finden. Auch kopiere ich für euch in der Arbeitsletter machen. So, du bearbeitest schön deine Sachen, machst du deine Hefte schön ordentlich beschriften, abschreiben, Aufgaben machen, heftig das alle ab. Und so wie im letzten Jahr, gibst du es mir irgendwann mal ab. Wann? Keine Ahnung. Also irgendwann kommen wir mal zurück. Deshalb ist es jetzt hier ein unbekannter X. Ob das jetzt hier unbekannt ist? Möglicherweise, die Zukunft kann immer unsicher sein. Also, das werdet ihr noch erfahren, wie ihr diese Hefte mir zuschickt. Entweder in die Schule, oder wenn es nicht anders geht, dann geht es per Post. Oder gibst du es irgendwann mal. Wir sind ja hier der Sekretariat. Letzte Sache, Kommunikation. Wir machen das per E-Mail im Schul-Cloud. Bitte im Schul-Cloud keine Dokumente versenden. Keine Hausaufgaben für mich und in den Schul-Cloud. Das ist unlustig. Das ist nicht dafür. Das ist eher Fragen und so, um es schnell zu beantworten. Wenn du irgendetwas mir zuschicken willst, entweder machst du das per E-Mail. Oder wenn ich ein solches Hausaufgaben dir gebe, dass du ein Video produzieren sollst. Dann wird sie das auch mal sehen, wie wir das im Frühling gemacht haben, wo du es hochladen kannst. Okay Leute, das war es. Ja? Oh, okay. So, dann machen wir mal so weiter. Bis zum nächsten Viertel.